Herzlich Willkommen, Folge 97, der Podcast heißt vor 100 und hier sind Steffen und Luis. Wir haben heute den 7.10.2018 und von vor 100 Jahren den 7.10.2018. Ja, die Folge gliedert sich in folgende Teile. Wir beginnen bekannt mit den Hausmeisterthemen, begrenzt durch Steffens berühmte ARU auf zwei Minuten, weil Podcaster reden sehr, sehr gerne über sich selber und uns stört das bei anderen Podcasten. Wir wollen uns deswegen selber auch von zwei Minuten beschränken, um halt zum eigentlichen Thema zu kommen. Eben, ihr merkt die Gefahr, weil ich meine, wir haben ja dieses Hobby nicht ohne Grund gewählt, weil wir gerne reden und deswegen müssen wir uns beschränken. Was kommt also nach den Hausmeisterthemen? Und zwar die Ereignisse von vor 100 Jahren. Genau. Da gehen wir die wichtigsten Meldungen durch. Zum Schluss kommt dann der Tod heute Teil. Ich rede über Harika Kessler und du hast dein... Forgotten Voices of the Great War, Max Arthur. Wir beginnen mit den Hausmeisterthemen. Ich stelle die diesmal online Eier-Uhr auf zwei Minuten und sie läuft. Steffen, wo sind wir? Wir sind diesmal wieder bei dir beim schönen Baumschulenweg. Es gibt eine große Neuigkeit. Ich habe unten im Keller, hat ein Nachbar eine Stehlampe aus der DDR stehen gelassen. Die ist unfassbar schön. Und Steffen, ist sie gleich aufgefallen, sie hat so eine Art DDR-Orange mit so einem Arm. Das Messing kann man bewegen. Ist, würde ich sagen, vom Stil her ein Unikat? Unikat würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast recht, nicht mehr viele Leute hätten sie jetzt noch in der Wohnung zu stehen. Es ist ein sehr eigenes Design, auch eine sehr eigene Farbgebung. Ich sage für Lau, die macht gutes Licht. Also im Dunkeln sieht man die Lampe selber nicht mehr. Nur das Licht, was die Lampe macht, das Licht ist gut. Ja, dann ist doch okay. Ja, das sind die tollen Neuigkeiten. Ansonsten haben wir Endspurt, weil wir 11.11. haben wir die letzte Folge. Ich habe jetzt schon angefangen, Folgen zu hören, weil wir uns vorzubereiten. Sagen wir mal so, die Vorbereitung der Folge hat begonnen für den 11.11. Wir wollen, wir haben viel vor. Der Countdown läuft. Ja, und ich habe auf meinen sieben Jahre alten ollen Laptop, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ein neues Linux installiert. Und dann ging auf einmal etwas, was vorher nicht ging, weil ich habe so ein altes Thinkpad mit so einer Base-Unit, die man abmachen kann. Und da drin ist auch ein DVD-Laufwerk, was man auch das einzige DVD-Laufwerk quasi hat. Und das ging dann auf einmal, was vorher nicht ging, aus irgendwelchen Software-Gründen. Und ich habe einen Film geguckt, den ich vor vier Jahren mir gekauft habe. Die Männer der Emden, 13.000 Kilometer. Die wahre Geschichte einer unglaublichen Odyssee. Ich habe vor vier Jahren in einer der ersten Folge über die Emden auch geredet und gesagt, dass ich den Film habe. Ich habe ihn nicht gucken können, weil dieses DVD-Laufwerk nicht ging. Und jetzt habe ich es gemacht. Und ist der Film gut zu empfehlen? Das machen wir gleich nach den Hausmeisterthemen. Aber ich finde, das ist für mich nicht mehr Teil der Hausmeisterthemen. Willst du noch die Zeitangabe? Nicht alle Leute wissen, wann wird deine Masterarbeit ungefähr geschrieben? Also wie alt ist dein Computer ungefähr? Der ist von 2011. Gut. Damit sind auch die Hausmeisterthemen vorbei. Dann, ja, du hast den Film gerade in der Hand, Luis. Wenn du jetzt über den Film sprechen möchtest, dann kommen wir mal wieder zu einem Vor-100-Filmteil. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ist eine Produktion für den öffentlichen von der ARD und ZDF. Die Männer der Emden. Ja. 13.000 Kilometer. Geschichtlicher Hintergrund. Die Emden lag in Tsingtau, als der Krieg ausbrach. Und ist dann in den Indischen Ozean gelaufen. Unter anderem um auch das Geschwader, was halt dann unter Kneisenau und Scharnhorst über den Pazifik gefahren ist. Zu den Falklandinseln. Das war so ein großes Geschwader. Da gab es auch zwei große Seeschlachten. Und um das zu verschleiern, wurde die Emden alleine als kleiner, unabhängiger Kreuzer in den Indischen Ozean geschickt, um dort Schiffe zu versenken. Ah ja. Das hat sie sehr erfolgreich gemacht. Die Engländer wussten auch gar nicht genau, wie viele Schiffe das eigentlich gab, ewig. Und das war in den Medien damals total wichtig. In allen Medien war dieses kleine Schiff. Das war total bekannt. Und die haben Schiffe versenkt in der Priesenordnung. Das heißt, die Leute wurden verschont und wurden irgendwo ausgesetzt. Dadurch wusste man auch immer sehr gut über das Schiff Bescheid. Und die Presse hat das auch genutzt. So eine Geschichte erzählt von so einem ehrenhaften Krieg, wo keiner stirbt. Ist auch nicht so schlecht für die englische Propaganda. Weil klar, den Schiffen ist verblöht, aber da stirbt keiner. Ist eine schöne Story, die man gut verwursten kann. Und die man auch Leute begeistern kann für den Krieg. Auf beiden Seiten, finde ich. Also auch für die, weil da stirbt ja keiner. Ist ja gut, wenn man Leute braucht, die nicht an mir eintreten. Und die Emden wird irgendwann von einem australischen Kreuzer überrascht. Dieses Schiff ist der Emden haushoch überlegen, waffentechnisch. Und die versenkt das. Bevor aber das Schiff versenkt wurde, wurde durch Zufall ein Kommandotrupp von 50, 60 Leuten auf die Insel gesendet, um eine Funkstation zu zerstören. Und zwar unter Leitung des Kapitänleutnants von Mücke. Ja, der ist auch noch begriffen. Ja, und der war halt auf dieser Insel. Und dann, als die auf der Insel waren, erscheint dieses andere Schiff aus Australien versenkt. Die Emden, Emden kaputt. Und die müssen das mit angucken. Und die bleiben auf dieser Insel. Und überlegen sich, kacke, was machen wir jetzt? Haben aber diese Funkstationen ja anscheinend. Die haben sie kaputt gemacht. Ach so. Ist ja auch eine englische. Ach so, die haben die Funkstation kaputt gemacht. Der Mücke und so. Ich dachte, sie wollten selber jetzt eine errichten. Aber okay. Nee, die wollten die kaputt machen. Sind jetzt mitten im Indischen Ozean irgendwo. Und ja, das war es halt. Da gibt es auch keine deutsche Einrichtung oder irgendwas. Und die haben eine abenteuerliche Reise hinter sich. Die haben sich dann auf der Insel ein Schiff genommen. Also ein Segelschiff, so ein altes, was eigentlich schon verschrottet werden sollte. Und haben damit versucht, nach Tsingtao zu fahren. Und fahren nach Indonesien, was damals holländisch war. Und kriegen mit, okay, Tsingtao ist mittlerweile erobert worden von den Japanern. Hm, scheiße. Wo jetzt? Und überlegen sich, was sie jetzt machen. Die haben auch nur 24 Stunden Zeit an dem Hafen. und müssen sie halt sofort wieder auslaufen. Ansonsten werden sie interniert. War so eine, so eine, so eine. So eine Regelung ganz schnell. Ja, so eine Regelung. Neutrales Schiff. Neutraler Hafen. Ein Schiff einer Kriegsfinanzation darf anlegen. Darf aufgetankt werden. Muss aber wieder, sofort wieder weiter. Und die fahren halt dann raus. Und treffen sich im Ozean mit einem deutschen Dampfer. Der auch in dem neutralen Hafen war. Und die fahren die halt nach Richtung Saudi-Arabien. Dort werden sie an Land gesetzt. Dann müssen sie sich durch die Wüste durchschlagen. Werden da auch angegriffen. Und müssen sich mit irgendwelchen Arabern prügeln. Und erreichen irgendwie eine Eisenbahn. Und mit der Eisenbahn schaffen sie es dann zurück nach Konstantinopel. Und nach Deutschland. Eine gute Geschichte, die natürlich in Deutschland total ausgeschlachtet wurde. Kann mich auch daran erinnern, dass der von Mücke auch da am Brandenburger Tor noch ausgezeichnet wurde. Oder irgendwie war da noch was mit in Berlin. Irgendwie eine Ehrung mit beim Brandenburger Tor noch. Natürlich. Die Kameraden hat ganz viele Ehrungen bekommen. Die Hälfte dieses Trupps stirbt im Verlauf des Ersten Weltkrieges dann. In irgendwelchen Kriegsschauplätzen. Was auch sehr viel ist. Und von Mücke überlebt das. Ist hoch dekoriert. Interessanterweise später stellt er sich gegen die Nazis. Und wird auch zum Pazifisten. Ja. Sehr, sehr interessant. Das ist jetzt so ganz grob die Geschichte. Ich werde ein, zwei Sachen verlinken dazu. Für die, die das interessiert. Und der Film erzählt halt versucht. Ich sag versucht. Eine ARD-Produktion. Gut gemacht. Also gute Schauspieler. Und Geld haben sie auch gehabt. Das kann man gut gucken. Optisch. Schöne Kostüme. Und der erzählt diese Geschichte nach. Die komplette Geschichte von Tsingtao bis, die kommen im Deutschen Reich an? Ja, genau die. Also der Film, erste Szene ist in Tsingtao. Und die, das ist ganz witzig. Die trinken, essen so Schweinshaxe und deutsches Bier, was auch im Film erwähnt wird, hier vor Ort gebraucht wird. Ja. Wir wissen ja, Tsingtao ist das Meisterkauf des Bier in China heute. Und es gibt es da in jeder Ecke. Und das ist halt aus der Stadt, weil die Deutschen da eine Brauerei gegründet haben. Gibt es auch hier in Berlin. In so, ja, asiatisch ansprechenden Restaurants. Und auch Tsingtao war das deutsche Hongkong. Haben wir auch ein paar Mal gesagt, das wurde halt, die Deutschen wollten auch in Hongkong. Und China war schwach. Und dann haben die diese Stadt für 100 Jahre gepachtet bekommen. Und dann haben die sehr viele Ressourcen reingesteckt, um so eine Art Modellkolonie zu entwickeln. Um mit dem einzigen Ziel nachzuweisen, den deutschen Herrschersanspruch auf die Welt mit zu untermauern. Also es hatte jetzt keine wirtschaftlichen Hintergründe. Und haben da eine ziemlich große Stadt hochgezogen. Mit einer krassen Klassengesellschaft mit wenigen tausend weißen Herrschern und mehreren hunderttausend chinesischen Leuten, die ja rumdienern und rumschergen mussten. Noch mal zum Film zurück. Hat dich jetzt eher gestört, die, also hat dich jetzt so gestört wenige Fakten? Oder waren es eher so eine Art Dialoge, die dich gestört haben? Oder war es eher, man hat sich darauf beschränkt, möglichst viel Krieg und Gewalt zu zeigen? Oder was hat dir da gefehlt? Liebe. Zum Detail. Ja, Liebe für das eigene Kunstwerk. Also der Film hatte Geld, hatte sehr gute Schauspieler. Und wie auch damals mit dem Film über Fritz Haber, wurden halt mit Absicht, das waren alles Profis, das Drehbuch wurde halt mit Absicht nach einem bestimmten Schema konstruiert, um halt der Meinung nach, dass der Erschaffer einen bestimmten Geschmack beim Publikum zu treffen. Es gibt, wie gesagt, sehr gute Beispiele, wie zum Beispiel Downton Apple bei BBC, die es genau richtig machen. Und das ist halt aus meiner Sicht halt schiefgelaufen, weil der Film versucht sehr, sehr viel. Am Anfang ist halt da diese Szene, wo sie da in Tsingtao sind und nach Frieden ist. Und dann natürlich mitten im Fest bricht dann der Krieg aus. Der Film wird aus der Ich-Perspektive von einem Leutnant erzählt. Also nicht von Mücke selber, sondern von einem anderen Offizier, der drunter steht unter diesen von Mücke und die ganze Reise mitmacht, was ich für so eine sehr gute Idee halte. Ja, er kriegt halt beide Seiten mit, sowohl die eher niedrigeren Männer vom Dienstgrad her, aber auch die Entscheidungen von Mücke. Ist natürlich auch verliebt und verlobt sich dann geheim dann in Tsingtao. Auch das macht alles total Sinn. Ist auch schön, eine Idee, das einzubauen. Und dann wird halt diese Geschichte erzählt. Von Mücke wird auch sehr gut dargestellt. Irgendwann einen, der halt bestimmt ist, die Leute nach Hause zu kriegen. Und es gibt auch mehrere gute Szenen, wo auch gut gezeigt wird, dass die Männer irgendwann keinen Bock hatten. Aber er motiviert sie noch, weiterzumachen. Weiterzumachen nicht auch zu geben und zu sagen, wir müssen hier versuchen zurückzukommen. Wir können jetzt hier nicht einfach uns internieren lassen. Und alles steht auf dem Spiel. Die tragen ihre Haut zum Markt und wir sollen jetzt hier vier Jahre lang Bananen essen gehen. Nee, wir versuchen nach Hause zu kommen. Eben, weil es schwierig ist. Das ist alles gut gemacht. Leider hat der Film noch andere Handlungsstränge, die einfach keinen Sinn machen. Ja, zum Beispiel vor Ort dann in, wenn sie dann eintreffen in Arabien, dann ist da natürlich Sibel Kekili. Ist eine relativ bekannte deutsche Schauspielerin. Die war auch bei Game of Thrones dabei. Und die Figur macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil die ist dann halt da. Sprich natürlich perfektes Deutsch, eine Deutsch-Türkling im echten Leben. Und bietet dann an zu übersetzen. Die wird einfach mitgenommen. Und dann werden die da überfallen. Und Sibel Kekili da sozusagen als arabische Frau nimmt dann eine Knarre und schießt dann da rum. Aber diese Figur hat gar keinen Sinn. Die hätte man gar nicht einbauen müssen. Sie ist halt ein bekanntes Gesicht. Gerade vier Jahre in der Vergangenheit war sie sehr bekannt, auch in den Medien. Deswegen ist sie da auch drin, weil sie halt auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber die hat, es gibt dann so einige andere Sachen. Das ist nicht mit Liebe zu Ende gedacht. Das ist einfach mit Absicht schlecht gemachtes Drehbuch, wie so oft bei ZDF-AHD-Produktionen. Also ich stelle mir das halt auch schwierig vor, weil das ist ja auch eine, als du jetzt sagtest, dass der Film probiert alles darzustellen, vom Anfang bis zum Ende, also vom Start bis zum Ziel, sag ich mal. Ja, wie lange geht der Film? Der geht auch zwei Stunden zwölf. Zwei Stunden zwölf, ja. Ja gut, das war die zweite, das war die Zweiteiler-Edition, halt im Fernsehen. Okay, aber auch das, also. Das kann man ja machen. Ist halt aber auch immer schwierig, weil du am Anfang noch sehr viele Ideen hast, die bist sehr verliebt und am Ende ist es halt ein Werk, das muss für Ende produziert sein und das muss halt irgendwie fertig werden. und wenn du da so viel rausnimmst, das ist haller die Waldfee. Aber es gibt so viele gute Sachen, man kann es doch vereinfachen, zum Beispiel wie beim Gladiator oder mit Russell Crowe oder Master und Commander ist auch ein sehr, sehr schöner Film mit Russell Crowe. Hat mich auch ein bisschen an Master und Commander erinnert. Und das ist auch eine ähnliche Geschichte mit zwei Männern und ein Schiff und Kampf und auch eine Reise um die ganze Welt und der ist halt gut erzählt. Also, weil die, weil einfach, man nehme nur Charaktere, die Sinn machen in der Geschichte, die einen Mehrwert generieren und die, wenn sie fehlen, auch den Film aktiv schaden. Die, 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 die Figur, der Sebel Kekkeli zum Beispiel, nach meiner Auffassung, hätte, wenn die gefehlt hätte, hätte ich eine halbe Stunde kürzeren Film gehabt, der besser gewesen wäre. Und das wäre halt, das ist eine gute Schauspielerin, ich, ich will sie nicht sagen, dass sie das schlecht gemacht hat, das Drehbuch ist der Kacke. Mit schlechten Figuren können die Schauspieler auch nichts, ne? Ja, eben. Und das, warum, warum? Ich frage mich, warum das, also, weil, weil halt die, 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 weil die, das, das, das ist... Das klingt so ein bisschen wie danach, wir haben uns diese Story rausgesucht, weil für jeden etwas drin ist, ne? Du hast, du hast Schifffahrt dabei, du hast Motivation dabei, so ein bisschen Helden-Epos auch, du hast so ein bisschen Arabien drin, du hast China drin, du hast, äh, Türkei drin und dann Deutschland auch noch drin. Du kannst von allem was zeigen, dann kannst du da noch zeigen, wie toll die Deutschen sind früher. Ne, überhaupt nicht. Natürlich immer der erhobene Zeigefinger, historisch korrekt. Achso. Überhaupt nicht überliefert, also, das habe ich, das hat, das habe ich in den Drehbuch auch übergenommen. Klar kann man das machen, dass der dann an den Sinn des Krieges zweifelt, aber, aber die Geschichte, es geht um die Männer der Ämpen und die haben wirklich ein, ein, ein Husarenstück verbracht, da aus dem indischen Ozean mitten im Krieg nach Hause zu kommen. Und ich finde, das ist eine Geschichte, die ist groß genug, dass die in einem Film erzählt werden kann. Und der ganze andere Scheiß kann weggelassen werden. Und das mit der Liebesgeschichte kann man machen, dann ist ja am Anfang da diese Trauung und zum Schluss heiraten, ja, ist doch okay. Okay, aber darum geht der Film. Der Film geht um diese Geschichte von diesen Männern und deswegen gucke ich so einen Film und ich vermute mal die meisten Leute auch. Und der Film ist aber für Leute gemacht, die halt zufällig vorm Fernseher hocken und irgendeinen Film sehen. Oh, was mit Booten. Und für solche Leute, die überhaupt nicht, also die zufällig, weil sie gerade immer die Flimmerkiste anhaben und da kommt der Film rein, die würden sich jetzt nicht aufregen, weil sie auch nichts erwartet haben. Aber jemand, der gezielt sich diesen Film aussucht, weil er sich dafür interessiert, über was dieser Film geht, der kann damit aus meiner Sicht nicht glücklich werden. Und dann hat der Film seine Aufgabe verfehlt. Aber das hätte ja auch geheißen, du hättest mehr so einen dokumentarischen Charakter erwartet. Nein, Master und Commanders im Ersten Weltkrieg hätte ich erwartet. Ah, okay. Ist auch schwierig, an den Film ranzukommen, glaube ich, aber es ist möglich. Aber das hätte man machen können mit dem Geld. Also, wären die Effekte und hätte man es bejigging, hätte ich mich nicht beschwert. Hätte ich gesagt, ist halt so. Ja, ist halt kein Hollywood-Kino, aber man, dieses Drehbuch ist ja nicht von Geld abhängig. Ja, ja. Das ist auch die Frage, welche Dinge, welche Stationen nimmt man mit rein. Man kann ja auch was rausnehmen. Manchmal tut sich ja, als Autor tut man sich ja manchmal schwer, gewisse Dinge rauszunehmen aus so einer Story. Aber man muss sich dazu auch mal trauen. Einfach, weil die Story kürzer wird und dadurch wieder der Spannungsbogen ein bisschen besser gespannt werden kann. Ja. Man hat ja auch so viele spannende Fragen. Viele spannende Fragen wurden nämlich gestellt. Die Geschichte von Van Mücke, dass der später Partizist wurde, wird hier nicht thematisiert. Wenn ich jetzt spiele. Das ist dann der dritte Teil. Und auch sein Kind stirbt im Zweiten Weltkrieg. Hätte ich auch spannend gefunden. Und er legt sich auch bei den Nazis an. Und die wollen ihn auch nicht besetzen im Zweiten Weltkrieg. Und so viele andere Sachen. Und auch dann regt er sich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg auf, dass viele Nazis einfach übernommen wurden. Und klar, das ist ein großer Bogen. Aber ich finde, der historische Stoff ist so gut, dass man den einfach ernst nehmen kann und sich nicht noch irgendeinen Scheiß einfallen lassen muss, der keinen Mehrwert bringt. Okay, ich höre jetzt auf. Thema erledigt. Also Luis ist unzufrieden mit dem Film. Aber ich habe mir gekaut. Ich habe mich jetzt nicht geärgert. Es gibt Schlimmeres. Auf einer Skala, jetzt nicht von 1 bis 10, sondern wir haben ja damals, ich glaube in Folge 20 oder so. Ich habe es gerade gehört, Folge 25. 25, klarer immer war. Ja. Der Film um Fritz Haber. Der war furchtbar. Das war eine 5. Das war eine 5. Schulnoten. Schulnoten. Und jetzt im Vergleich dazu der Emden-Film? Ist eine 4+. Okay, also schon leicht besser. Okay, na gut. Gut, dann würde ich sagen, das war der Filmteil. Vielen Dank, Luis. Ja. Und dann kommen wir zum nächsten Teil im V100-Podcast. Kommen wir zu den Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ich würde anfangen. Ja, gerne. Der Nachfolger von Kühlmann, Paul von Hinze, hat eine Denkschrift verfasst. Ich glaube, du musst nochmal sagen, wer Kühlmann war und wer ist Paul von Hinze. Also welche Position hat der jetzt? Genau, beide haben oder haben jetzt das Amt des Staatssekretärs des Äußeren inne. Es gab keinen Außenminister. Es gab generell keine Minister in der Zeit von vor 100 Jahren. Es gab Staatssekretäre. Und das war sowas wie heute das Minister. Und der war der Außenminister. Der hat eine Denkschrift verfasst. Und zwar, er sieht die Gefahr einer wirklichen Revolution, wie die französische oder wie die in Russland. Und man müsste dem entgegen mit einer Revolution von oben, sprich es geht ihm um eine Demokratisierung im Deutschen Reich. Ja, das fordern ja auch schon seit Jahren einige, eher von links natürlich. Und ich kann mir das schon vorstellen, so einen Weltkrieg, man hat es in Russland gesehen letztes Jahr, dass sowas ja ganz schnell gehen kann. Wenn das Volk sehr leidet und auch vor allem Hunger leidet, jetzt wie auch das Volk im Deutschen Reich, dann kann es mal ganz schnell ungemütlich werden, so in der Heimat. Und dann können ganz schnell Politiker gestürzt werden. Und anscheinend denkt er sich jetzt, wenn wir selber dem vorbeugen und sozusagen dem Volk entgegenkommen, dann könnte es vielleicht nochmal sein, dass das Volk damit besänftigt wird. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist jetzt der Staatssekretär des Äußeren, der das sagt. Jetzt gibt es natürlich auf der anderen Seite noch den Kaiser und die oberste Heeresleitung, die ja auch sehr viel mitzusprechen haben, da gerade im Deutschen Reich. Wie sehen die das denn so? Wären die da, würden sie sowas befürworten? Oder ich kann mir ja vorstellen, dass der deutsche Kaiser gerade eher keine Demokratisierung möchte, dass er sich jetzt querstellen würde. Weil der müsste definitiv Macht abgeben. Demokratisierung bedeutet ja, dass das Parlament, der Reichstag, dass der Reichstag mehr Macht bekommt. Und das ist ja, irgendwo muss die Macht ja herkommen. Die muss doch jetzt eine haben. Und die liegt jetzt beim Kaiser. Und die OHL, glaube ich, hat eher Interesse an einem starken Kaiser, weil der einfacher zu kontrollieren ist, als so ein unberechenbares Parlament. Wobei das jetzt meine Meinung ist und kein belegbares Wissen. Ja, das kann ich mir aber auch ganz gut vorstellen, so wie die oberste Heeresleitung ja so drauf ist. Aber interessanterweise, also diese Denkschrift von dem Außenminister bzw. Staatssekretär des Äußeren kam am 28.09. Und nur zwei Tage später kommt der, also tritt dann auch der aktuelle Reichskanzler vor den Kaiser und möchte gerne zurücktreten. Also sagt dem Kaiser, dass er jetzt auch gerne zurücktreten möchte. Und am gleichen Tag verfügt dann sogar der Kaiser Wilhelm II., dass er, ja, Änderungen am System vornehmen wollen würde. Und zwar zu einem parlamentarischen System im Deutschen Reich. Starkes Stück. Ja. Und das Stärkste haben wir noch gar nicht erzählt. Also zwei Sachen. Ich würde sagen, wir haben ein kleines ÜEi und ein großes ÜEi. Das kleine ÜEi wäre, dass Bulgarien an den Waffenstillstandsvertrag mit Großbritannien und Frankreich schließt. Ja, ich finde das eigentlich schon ein ganz schön großes ÜEi. Aber im Vergleich zu dem anderen ist das natürlich klein. Normalerweise würden wir eine ganze Sendung nur darüber machen, weil das Bulgarien aus den Mittelmächten austritt, ist natürlich ein starkes Stück. Die Verbindung zwischen dem Deutschen Reich und dem Osmanischen Reich ist damit massiv gefährdet. Und auch die Verbände in Österreich, von Österreich, Ungarn und Deutschland ist natürlich jetzt wesentlich mehr Druck, wenn die Bulgarien, die auch in den Armeen in der Größenordnung von einer halben Million Unterwaffen hatten, raus sind. Das größte ÜEi liegt darin, dass die OHL in Spar, in Belgien, das ist eine Stadt, die heißt so, SPA, fordert die Herausgabe eines Friedensangebots an die Alliierten. Und außerdem den Rücktritt der Regierung unter Georg von Hertling. Ja, krasse Stück. Wie kommt es dazu? Wir haben ja schon die letzten Wochen in V100 immer wieder gesagt, dass es im Westen zu massiven Rückzügen des deutschen Heeres kommt. Und man zieht sich nur noch zurück und die Entente-Mächte kommen immer weiter voran. Klar, also man hatte immer noch diesen Strohhalm aus dem Osten, dass da ja ganz viel Nahrung, sage ich mal, vielleicht auch andere Güter ins Deutsche Reich überführt werden können. Aber das rückelt jetzt auch immer mehr, es bricht jetzt auch immer mehr zu Lamm, dieser Gedanke, dieser Strohhalm, der knickt langsam, der ist schon abgelutscht. Und ja, jetzt kommt die oberste Heeresleitung in Spar und fordert auf einmal Friedensangebote. Weil sie sehen, dass die militärische Lage ausweglos ist. Ja, ist auch interessant. Und also Friedensangebot, es kamen ja so einige Friedensangebote. Also wir können uns da zum Beispiel vorstellen, die Briten, die Franzosen und die USA sind ja somit die drei größten Parteien bei den Entente-Mächten. Wenn ich jetzt sagen würde, auf deutscher Sicht, ich möchte gerne ein Friedensangebot von diesen Vorgeschlagenen wahrnehmen oder mich an diesen Friedensangeboten richten, welches würdest du denn da so eher nehmen? Wir können ja sagen, die Franzosen sind da schon sehr hardcore, die Briten wahrscheinlich auch eher und die USA, hat Wutu Wilson ja so einen 14-Punkte-Plan gemacht, der auch akzeptabel aussah auf den ersten Blick. Genau, Selbstbestimmungsrecht der Völker ist das große Schlagwort dabei. Welches würdest du denn da so nehmen? Natürlich das von Wutu Wilson. Ja, ganz klar. Weil der versucht, eine langfristige Lösung zu ermitteln, die auch den nächsten Krieg verhindert, während alle anderen Lösungen A, sehr schlecht sind für das Deutsche Reich, weil sie sehr viel verlieren und B, auch neue Konflikte schafft für die Zukunft. Ich möchte noch einmal ein Geräusch machen. Da, 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 da. Weil die OHL, die oberste Heeresleitung, die hat immer gesagt, wir wollen diesen Krieg militärisch entscheiden. Und die strecken jetzt die Füße, schieben die Verantwortung ab an die Regierung und sagen, macht mal jetzt einen Frieden. Wir können das, was wir selber gesagt haben, was wir immer machen, nämlich einen militärischen Sieg nicht verwirklichen. Die Lage ist aussichtlos. Und das von der OHL. Und hier haben wir den Moment im Weltkrieg, wo wirklich das Ende nahe ist. Also das, wenn die, wenn die Hindenburg und Lunders sagen, die Lage ist aussichtlos und liebe Regierung, mach doch immer einen Frieden. Ja. Und Regierung trittet auch zurück. Ja. Das ist eine Zeitenwende. Starkes Stück. Und wir haben ja gesagt, dass der Reichskanzler seinen Rücktrittsgesuch vorstellt. Und es führt auch ein neuer Anland, das ist dann der Prinz Max von Baden. Und der kommt dann nämlich genau am 3.10. 100 Jahre später ist es Tag der Deutschen Einheit. Kommt er nämlich auch dann zu dem Entschluss, auch dieses Angebot von Wutowitzen nochmal aufzugreifen und sich eher an dieses Friedensangebot zu wenden. Wie überraschend. Ja. Hast du gut, Frau Erkuggenau. Deswegen hattest du auch gefragt, ja. Ja. So viel, also das ist das große Ü-Ei, wie du sagst, das Zeitenwende, finde ich sehr, sehr treffend. Genau, es gibt es wirklich, und das Ergebnis ist auch, es gibt ein konkretes Waffenstillstandsangebot von dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn ist dem auch beigetreten. Und das ist auch sehr stark, weil der 14-Punkte-Plan ist schlecht für Österreich-Ungarn. Weil er redet ja explizit von den Selbstbestimmungsrechten der Völkern, was halt für Österreich-Ungarn sehr ungünstig ist, wenn man sehr viele Völker drin hat, die unabhängig werden wollen. Aber gut, die sind auch mit dabei. Und ja, das ist in interessanter Weise dazu. Also die SPD, fand ich auch nicht schlecht, dass sie sagt, ja, also wir erklären hier, dass wir das Selbstbestimmungsrecht von slavischen und romanischen Nationen anerkennen. Und jetzt funktionieren wir gerade rein. Ja, ich habe nur einen kleinen Beitrag gelöscht, doppelt wahr. Lass mich nicht verwirren. Und auf einmal lese ich nicht mehr meine Notizen. Jedenfalls die SPD erklärt, dass sie, die deutsche SPD erklärt, dass sie die Selbstbestimmungsrecht der slavischen und romanischen Nationen anerkennt. Ja, und dass sie zustimmt, dass Österreich-Ungarn umgewandelt werden soll in so eine Art Föderation von freien nationalen Gemeinwesen. Das finde ich ja schon schön, dass die SPD das, also dich dazu bereit erklärt, das anzuerkennen. Und jetzt geht es noch weiter. Die Christlich-Soziale Partei Österreich bekennt sich in einer Erklärung zu den wesentlichen Programmpunkten der Sozialistischen Partei. Das heißt, die Sozis, das Äquivalent der deutschen Sozis, die Ösi-Sozis, erklären sich bereit zu sagen, ja, mit dieser Föderation und mit dem Gemeinwesen, das sehen wir auch so. Also interessant, Österreich-Ungarn hat auch erkannt, welche Wendung dieser Weltkrieg nehmen wird. Und nehme es in Kauf, sich deutlich zu verkleinern, was das ganze Gebiet Österreich-Ungarn umfasst. Ja, weil die Christlich-Soziale Vereinigung, ich vermute mal, das sind die Konservativen, also die Konservativen, sowas wie die CDU heute, Christlich-Soziale Vereinigung, das ist jetzt kein Wissen. Bei Wissen von Hörern, bitte eine Info an luis.100.de, die sagen, dass sie bevorzugen, wenn nach Kriegsende sämtliche deutschstämmige Gebiete zu einem deutsch-österreichischen Staat vereinigt werden sollen. Wir erleben auch den Abgesang auf die Habsburger Monarchie gerade. Das stimmt. Weil, wenn nicht mal die eigenen Parteien diesen Staat, so wie er ist, am Weiterleben halten wollen, klar. Ja, die Sozis, die Sozialisten sagen, wir wollen so eine Art Mini-EU haben. Ja, Mini-EU finde ich jetzt ein bisschen. Also eine föderale Union unter dem Dach der Habsburger. Ja, aber sie geben auch zu, dass sie sich jetzt splittern und verkleinern würden und Gebiete unabhängig anerkennen würden, was natürlich ein Geschenk, wenn man so möchte, ist, zu diesem 14-Punkte-Plan von Uto Wilson, der ja genau sagt, wir möchten hier auch unabhängige, eigenständige Nationen haben. Das ist natürlich so eine Art, wir bekennen uns zu diesem 14-Punkte-Plan, wir akzeptieren das hier, wir halten die Hände offen, kommt uns jetzt entgegen. Also das ist jetzt ein Angebot von sowohl vom Deutschen Reich, jetzt auch von Österreich-Ungarn. Und jetzt müssen wir die Antwortabfahrten von den Entente-Mächten. Ich würde es noch einmal zusammenfassen wollen, für zwei Wochen, das sind mit die ereignisreichsten zwei Wochen in diesem Podcast, für mich und vom Tempo der historischen Entwicklung aus betrachtet, wir haben drei Hauptmeldungen. Bulgarien ist raus, der Staat hat Frieden geschlossen mit der Entente, die OAL hat erkannt, militärisch wird dieser Krieg nicht mehr gewonnen und schiebt den schwarzen Peter auf die zivile Regierung über, die jetzt irgendwie dafür sorgen müssen, dass es Frieden gibt. In Österreich-Ungarn erkennen sogar die eigenen Parteien, dass der Staat, so wie er ist, oder eigene Parteien in Österreich-Ungarn haben Pläne, diesen Staat massiv zu verändern, Föderaler zu gestalten, sogar Teile auszugliedern. Da bahnt sich auch Großes an. Drei Sachen. Genau. Gut, soviel zu den Themen heute von vor 100 Jahren. Kommen wir zum Totholz-Teil. Ich habe wieder Harry Graf Kessler mitgebracht, den James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren etc., etc., etc. Er kennt ihn nicht, bla bla bla. Genau. Genau, den Tausendsasser. Ja, du hast mal wieder aus deinem Tagebuch, hast besser gesagt nicht vorgelesen, sondern hast dein Tagebuch gelesen, die letzten Wochen vor 100 Jahren. Und du hast auch was mitgebracht, ne? Ja, aber auch was mitgebracht. Ich kenne ja immer den Titel meiner Bücher Forgotten Voices of the Great War von Max Arthur. Du fängst an. Ja, würde ich sagen. Ich habe wieder die zwei Wochen aus seinem Leben durchgelesen. Er hat viel geschrieben. Seine Sätze werden merklich kürzer und hektischer. Ich bin auch gespannt, was er so sagt, weil er ja auch einer dieserjenigen ist, die sich an diesem Strohhalm Osten festhalten und glauben, dass das noch die Wende sein könnte. Ja, aber ich kann nur sagen, es ist anders als sonst, was er schreibt. Es gibt keine seitenlangen Aposteln über irgendwelche Theatertheorien oder Kunstausstellungen, sondern es ist wesentlich kürzere Sätze und wesentlich prägnanter. Ja. Interessant. Wir beginnen in Leipzig am 22. Oktober 1918. Er trifft einen Haufen Freunde und geht mit denen essen und redet mit denen. Ich würde das alles jetzt erstmal überspringen, um zu den entscheidenden Teilen zu kommen. Die ersten drei, vier, fünf Tage. Moment, kannst du nochmal die, also 22. Oktober 1918 oder September? September. September. Es ist der September, du hast recht. Ja, und er reist dann nach zwei Tagen Leipzig einmal nach Dresden, geht dort natürlich auch wieder essen, er trifft sich mit dem sächsischen Königshaus. Ganz interessant ist, die Prinzessin ist eine Bourbonin, also eine Französin und da erzählt dann auch ein Gespräch, dass die Bourbonin nicht mehr ihre Familie sehen kann und von ihrer Familie ausgestoßen ist, weil sie ja Französin in Deutschland lebt und auch ein sehr interessanter Aspekt, den ich aber auch überspringen würde, weil er fährt dann nach Berlin, trifft sich in der deutschen Gesellschaft und trifft sich mit dem Unterstaatssekretär Müller, SPD-Mitglied und der sagt, Trübsal überall, Zitat, Die Türken vernichtet, die Bulgaren durchbrochen, die Westfront im kommenden Jahr vor der Übermacht nicht zu halten. Er schreit wie alle nach einem wirklichen starken Mann, der regieren soll. Eigentlich sollte man meinen, dazu hätten wir die Monarchie. Zitat Ende. Eine sehr schöne Harry-Graf-Kessler-Stelle. Ist wieder mal so ein verstecktes, versteckte Kritik seinerseits. Ja, das ist aber, das Thema zieht sich durch. Leute sind unsicher, sie spüren, dass es schlecht ist und sie wünschen sich eine neue starke Führung und eigentlich wäre das die Aufgabe genau eines Kaisers. Dafür hat man ja so jemanden, so einen Staatsoberhaupt, der in Krisenzeiten der Nationen Halt gibt. Das ist ja der Mehrwert von der Monarchie für mich und schnelle Entscheidungen trifft und eine Strategie vorgibt, dass man handlungsfähig bleibt. Das wäre für mich jetzt der Mehrwert von der Monarchie. Ja, es ist halt immer die Frage, ob bei so einer Monarchie, aus bestimmten Gründen kommt ja der Nachwuchs an die Spitze. Ob der halt so geeignet ist. Und ob der Nachwuchs immer die passendste Wahl für die Leitung wäre, andere Frage. Das ist wieder das Problem der Erbfolge. Mehrwert ist wiederum, man hat keinen Bürgerkrieg, ansonsten prügeln sich alle, wer der neue König wird. Und das ist so verlustreich, dass sich im Laufe der Geschichte die Erbfolge eingeguckt hat. Ja, wir müssen jetzt nicht das Prinzip von verschiedenen Formen besprechen. Wir schweifen ab. Monarchie oder Parlament oder so weiter. 27. September, Zitat. Der bulgarische Ministerpräsident hat bei fortschreitender bulgarischer Niederlage an den Führer der gegen Bulgarien operierenden Entontruppen das Angebot eines Waffenzustandes gemacht. So, das ist es. Das ist das, was wir auch berichtet hatten. Der schreibt da auch keine Wertung rein, ja. Die Lage ist noch unklar. Er sagt, angeblich war das eine Einzelhandlung. Und man ist sich noch nicht ganz sicher, ob es eine Einzeltat war. Und die haben noch die Hoffnung. Also hier ist ja noch relativ ruhig, dass man die vielleicht nochmal umstimmen kann. Weil, und jetzt springen wir zum 30. September, mehrere Seiten übersprungen, und folgende Aussage, Zitat. Kritischer Tag erster Ordnung. Wendepunkt für Preußen. Für Deutschland. Vielleicht für die Welt. Hertling ist gestürzt. Also der aktuelle Rechtskanzler. Mit ihm Hinze und das ganze hergebrachte preußische System. Hinze war der Außenminister. Seit jener keine solche Umwälzung. Zweitens. In Frankreich im Einzelnen hält sich unsere Front. Im Großen in Bulgarien ist sie seit gestern durchbrochen. Die bulgarischen Unterhändler sind in Saloniki eingetroffen. Beides umtoßt von der gewaltigsten Schlacht des Krieges. Blutdunst und ungeheures Krachen der Geschütze. In dem wieder einmal das alte Preußen untergeht wie 1806. Der Kaiser hat an Hertling einen Erlass gerichtet, indem er seinen Entlassungsgesuch annimmt und dann sagt, ich wünsche, dass das deutsche Volk wirksamer als bisher an der Bestimmung der Geschicke des Vaterlandes mitarbeitet. Es ist daher mein Wille, in Klammern klingt nicht sehr demokratisch, mit Ausrufezeichen, das hat Harika Kessler geschrieben, dass Männer, die vom Vertrauen des Volkes getragen sind, im weiten Umfange teilnehmen an den Rechten und Pflichten der Regierung. Das soll bedeuten, nicht nur die Demokratisierung, sondern auch die sogenannte Parlamentisierung. Sehr viel auf einmal. Das war jetzt diese ganzen Hauptsachen. Ich finde, das, was da, also wie der Kaiser zitiert wurde, ich finde, das ist eine geschickte Formulierung vom Kaiser. Also er könnte sich jetzt auch hinstellen und so sagen, wir verlieren den Krieg, wir brauchen demnächst eh eine andere Staatsform. Daher sage ich jetzt schon mal, dass wir was ändern. Nein, er formuliert das anders. Als sein Wille. Das heißt, er setzt sich ja auch wieder an die Spitze. Das ist so ein bisschen Merkelismus, den er da betreibt. Ja, okay. Kann man auch so bezeichnen, wenn man möchte. Ja. Das Ganze geht weiter in einer sehr hohen Taktgeschwindigkeit. Zitat. Die Stimmung in den Massen sei so, dass zwangsläufig die Revolution kommen müsse, wenn nicht irgendein glückliches militärisches Ereignis eintrete. Alles gehe gegen die Dynastie. Und doch die ganze Referenz, auf die er sich bezieht mit 1806 und jener war, als das alte Preußen von Friedrich des Großen, also von seinem Nachfolger, gegen Napoleon verloren hatte und untergegangen ist und sich komplett neu erfinden musste. Und er sieht jetzt den Moment hier wieder gekommen und er meint dazu, Zitat, als mögliche Lösung, weil ein Harry Graf Fessler hat auch Ideen, was man jetzt machen kann. Er sagt, Zitat, der Kaiser müsse sich in den Mittelpunkt der Bewegung stellen, sonst schlügen die Wellen des Volkshasses über ihn zusammen. Er kann jetzt nur der Führer der nationalen Verteidigung, vor allem Volke sein. Oder er muss über kurz oder lang als überlebtes Organ verschwinden. Nicht seine Rechte, sondern seine Pflichten müssen ihn retten. Ja, das ist mal wieder so ein Blick von Harry Graf Kessel an die Glaskugel, finde ich, mal wieder gut geguckt von ihm in die Glaskugel. Weil letztendlich ist es ja auch so passiert, dass dann erkannt wurde, dass der Kaiser dann, er ist natürlich geflohen, eigentlich ein Organ ist, was man so gar nicht mehr braucht mit seinen Rechten und Pflichten, die er hat. Eine andere Frage, was vielleicht passiert wäre, wenn, wieso, weshalb und wenn es keine Revolution gegeben hätte, ob dann vielleicht trotzdem ein Modell mit Kaiser möglich gewesen wäre, weiß man nicht. Wenn er sich da an die Spitze der Nation gestellt hätte. Ja. Ein fähiger Mann hätte das vielleicht vermocht. Wer weiß. Aber ein fähiger Mann wäre auch nicht da, wo er jetzt ist. Ja, hätte das auch wieder. Hätte, wäre, wenn. Ja, aber schön, schön auch dieses, dass das sonst, also wenn er sich jetzt nicht hinstellt, dass es sonst auch eine Revolution kommen kann, auch von unten, bei der er dann einfach auch überflüssig sein wird. Genau, also sehr präzise die Situation nochmal beschrieben. Also auch mit tagesaktuellem Blick von dem Zeitgenossen, wie sie auch später von Historikern wiedergegeben wurde. Allerdings, also wo ich ein bisschen schmunzeln musste, natürlich aus unserer Sicht von heute, dieses Ludendorff ist, reagiert viel zu hektisch und hasst, also viel zu hektisch. Also klar, da ist natürlich bei, bei Harry Graf Kessler Wissen nicht da, was, was 400 Jahre später natürlich haben über die Situation vor Ort. Ist auch interessant, ne? 4. Oktober 1918, in Bern. Und zwar, er reist auch wieder, in den letzten Tagen ist er wieder in die Schweiz gefahren und trifft sich dort mit seinen bekannten Vorgesetzten, nämlich Romberg. Zitat, 4. Oktober, Eintrag, Tagebuch. Furchtbarer Abend bei Romberg. Er vertraute mir, vor dem offenen Holzfeuer in seinem Arbeitszimmer, dass unsere Regierung offiziell den Präsidenten Wilsen um Einleitung von Friedensverhandlungen aufgrund seiner Bedingungen ersucht habe. Mit anderen Worten, wir haben kapituliert ohne Vorbereitung, ohne Tastversuche. Plötzlich, Debüt en Blanc und en Block. Also plötzlich, Debüt en Blanc, also weiß, ohne Hinterkarten und komplett plötzlich. Wilsen wird entweder ablehnen oder erniedrigende Bedingungen stellen. Zumindest, dass wir vorerst unsere Truppen aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Ja, man gibt seine Trümpfe auf. Da hat er recht. Ja, das wirkt schon alles sehr hektisch. Man muss jetzt schnell dem geeignetsten Friedensvertrag zustimmen. Und zwar muss man das so schnell machen, weil sich ja jeden Tag die Situation an der Front nochmal verschlimmern kann. Und demzufolge mal noch weniger Trümpfe hat. Ja, aber so ist es halt. Die Kacke ist am Dampfen. Hätte man eher machen müssen. Ja, ich meine, Österreich-Ungarn, fand ich, hat da schon in den letzten Wochen, Monaten das besser eingeschätzt, fand ich. Die haben es ja öfter mal probiert. Die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war jetzt vielleicht nicht die Schlauße. Aber sie haben es schon früher probiert, mit den Entente-Mächten. Irgendwas noch zu heißen. Ja, zumindest mal Gespräche zu suchen. Ja, wie geht der Arm weiter? Ist noch am gleichen Tag. Zitat. Die Stimmung zwischen Romberg und mir war die einer großen Niederlage. Wir schwiegen abwechselnd lange und verfolgten unsere trüben Gedanken im Herdfeuer. Ich war einem Schwindelanfall nah. Mir sauste das Blut durch Kopf und Ohren. Romberg sagte beim Abschied, Sie haben Glück. Sie haben Kinder. Ich meine, im Gegenteil. Jetzt muss man für Enkelkinder sorgen. Wer hat das jetzt zu wem gesagt mit den Kindern? Also, Romberg meinte zu Harry Karpf-Kessler, Sie haben Glück. Sie haben keine Kinder. Ach, keine Kinder. Keine Kinder. Und er hat gesagt, weil Harry Karpf-Kessler hat ja immer eine schlaue Antwort parat, gerade in seinem eigenen Tagebuch. Ich meine, im Gegenteil. Jetzt muss man für Enkelkinder sorgen. Okay. Wie wertest du da seine Antwort? Er sagt, dass das kein Grund ist, glücklich zu sein, sondern dass man sich für die nächste Generation jetzt zusammenreißen muss, um halt das zu retten, was zu retten ist. So würde ich das jetzt lesen. Ja, schon mal so in die Zukunft. Also, ich sehe das so ein bisschen, dass man jetzt schon mal an die längerfristige Zukunft gucken muss. Und dass man jetzt trotzdem nicht aufgibt, sondern irgendwie versucht, weil man an die nachfolgende Generation auch denken muss, also dass quasi vielleicht die Kinder die Kacke jetzt geerbt kriegen, aber dass sie dann danach noch was reißen können und dass man jetzt trotzdem zusammenhält, weil es geht ja noch weiter. Ja, so könnte man es auch. Ich werde nicht so ganz schlau aus dem Spruch, muss ich sagen, zugeben, aber da so kann man es sehen. 5. Oktober, ähnlich apokalyptisch, Zitat. Der schwärzeste Tag des Weltkrieges. Das Waffenstillstandsersuchen Österreichs, Deutschlands und der Türkei an Wilson steht nachmittags an einem Telegramm des Wiener Korrespondenzbüro an den Anschlagzäulen, an denen so oft deutsche Siege gestandet haben. Der Krieg ist für uns verloren, nach unserem eigenen Eingeständnis. Wülzen wird von uns als Weltdiktator angerufen. Wir akzeptieren von vorn hinein alle von ihm bisher genannten Bedingungen. Eine neue Epoche der Geschichte hebt an zu unserem Ungunsten. Da hört man Frust draus. Aber ich finde, der hat total recht. Er hat es verstanden. Aber die Art und Weise, wie er das schreibt, das ist ja hammerhart. Der Weltdiktator Wutu Wülzen. Ja, aber er hat ja recht. Ich meine, die Richtenden sagen, ja, wir nehmen alles an und sind jetzt von ihm völlig abhängig. Und er kann eigentlich jetzt entscheiden, wie die Sache weitergeht. Nur er, kein anderer. Die Franzosen, die Engländer nicht. Nur er. Ich finde das sowieso ganz schön interessant, was für eine Stellung da eigentlich die USA haben. Die sind ja... Schlagartig. Vorher waren die eben nicht da. Die waren ja... Die haben sich ja ewig rausgehalten. Wollten auch, glaube ich, nicht so richtig. Nur gut, dann kam der uneingeschränkte U-Boot-Krieg. Und April 1917 kam ja dann die... Also so spät erst die Kriegserklärung ans Deutsche Reich. Ich glaube, noch später sogar, das war doch so was Kurioses, an Österreich-Ungarn. Das kam doch irgendwie noch später. Also die sind gerade mal seit anderthalb Jahren im Krieg, aber sind der Hauptansprechpartner für den Friedensvertrag, Friedensgespräche. Wahrscheinlich auch, weil seine Bedingungen aus Perspektive des Deutschen Reiches die besseren sind. Man hat ja keine großen Gebietseinbußen außerhalb Österreich-Ungarn, finde ich. Die finde ich von Deutschen Reich und Österreich-Ungarn ist Österreich-Ungarn, glaube ich, diejenigen oder sind diejenigen, die, glaube ich, am meisten Gebiete da eher verlieren würden, wenn man sich mal so diese 14 Punkte durchlesen würde. Und Wahnsinn, dass sie ausgerechnet also ihn jetzt sozusagen um Frieden erbeten. Also es ist, ja, das sagt Tari Graf Kessler dazu. Er beschreibt halt noch, er gönnt sich trotzdem einen Tag später einen Ruhetag. Finde ich gut. Ja. Macht aber auch Sinn. Und jetzt wird auf die Antwort gewartet. Und alle sind total gespannt und die Stimmung zwang zwischen Fatalismus und ich suche mir den letzten Strohhalm. Ich meine, du, das ist ja, du hast ja gelesen, ihm sausten die Ohren und die haben ja ganz depressiv da in so ein Feuer reingeguckt, so wie so alte Herren. Da merkt man auch mal, wie weit die eigentlich auch weg sind von den Gefechten, ja. Dass der schlimmste Tag war der Tag, an dem wir die Bereitschaft zur Friedenserklärung auskamen nach so Gefechten, wie wir sie von Verdun und am 8.8. ja auch so mitbekommen haben. Also das ist immer so eine Perspektivsache, was jetzt eigentlich der schwärzeste Tag in diesen vier Jahren Weltkrieg war. Ja, es ist eine gute Frage. Ich meine, was ich für mich daraus mitnehme ist, das sind Probleme. Und ich bin ganz froh, dass ich 100 Jahre später lebe und mich mit meinen kleinen Mini-Problemen rumärgern muss. Da ist das Problem, was wir gerade haben mit der EU, den Euro und der Migration. Also im Vergleich dazu, das sind wirklich süßere Aussichten. Ja, stimmt. Das heißt jetzt aber nicht, dass man losziehen soll und sagen kann, wir haben keine Probleme und das ist so schlimm, wie damals geht es uns noch nicht. Harry Kressler hat gesagt, man muss immer an die Enkelkinder denken. Das ist eigentlich ein schöner Spruch, wenn man das mal so sieht. Ja, und daraus kann man sich aus der Situation mitnehmen und selbst in der größten Scheiße kann man sich einen Ruhetag gönnen. Stimmt, das ist schön. Also das ist jetzt das, was man daraus, was ich persönlich für mich daraus gezogen habe. Gerne kann jemand mir seine Meinung dazu mitteilen, ob er das anders sieht oder was anderes daraus mitnimmt und das wäre für mich ein etwas ereignisreicher Harry-Kraft-Kessler-Teil, der jetzt Schluss ist. Und ich melde mich wieder in zwei Wochen mit dem Ergebnis, was die Entente jetzt mit dem Angebot macht. Und vielleicht mit einem ausgeruhten Harry-Kraft-Kessler. Ja, sehr schön. Danke, Louis. Sehr unterhaltsam. Wir kommen heute mal wieder zu den vergessenen Stimmen des Ersten Weltkrieges, gesammelt von Max Arthur, aufgeschrieben von Max Arthur. Und da habe ich heute einen Bericht, denn es gibt ja das Kapitel Oktober und da gibt es insgesamt drei Berichte. Einen davon möchte ich heute nehmen, die anderen beiden kommen in der nächsten Folge. Und den, den ich habe, der ist von Private Maguire, US-Artillerie. Und dieser Private Maguire, der scheint sehr spät auch zu der Front mal zu kommen, denn er sagt, dass er hier, also der Eintrag ist vom Oktober, er kommt also an in einem Ort oder Stützpunkt namens Realty South Tray. Ich habe diesen nicht gefunden. Ich habe ihn auch in der Suchmaschine meines geringsten Missvertrauens gesucht und tatsächlich als nur einen Eintrag gefunden und das war aus Google Books, ein Eintrag aus diesem Buch, was ich hier gerade lese. Ja, toller, toller Fund. Ich bin vielleicht der Meinung, beeindruckt. Es könnte sich vielleicht um einen falsch erinnerten Ort handeln oder sowas, ich weiß nicht. Es klingt jeweils so, als ob er da ankommt, das scheint so eine Art Ankunftspunkt zu sein und danach kommt er sofort an die Front und sagt, dass er sich so die Front nicht vorgestellt hat, denn alles, was er dort gefunden hat, hat ihn erstmal so eine Art kalten Schauer über den Rücken laufen lassen. Überall nur Schlamm, umgefallene Bäume und einen Haufen toter Körper liegen da und das hat er sich so nicht vorgestellt an der Front. Da sagt man dann zu sich selber, wenn man das so liest, ja, da hat die Propaganda gut gewirkt und er sagt jetzt, was er da so erlebt hat und dieser ganze Schlamm, der war halt so gewaltig, dass sie sehr große Probleme hatten vorzukommen und sie hatten sich an der Front positioniert mit ganz großen Kanonenwaffen, die sie erstmal durch diesen ganzen Schlamm bewegen mussten. Da haben ihnen dann irgendwelche Transporter anscheinend auch geholfen und damit man mal so ein Gefühl bekommt, wie groß so eine Kanone war, die Geschosse für die Kanone waren 200 Pfund schwer. Das ist schwer. Ja. 100 Kilo waren die Bauten. Da muss man schon ganz schön schleppen. Und das mussten die in die jeweilige Position bringen und das Ding ist ja, es ist ja nicht damit getan, dass du die Waffe in die Position, das Geschütz in die Position stellst, sondern du musst ja auch noch die, diese, diese, diese Kugel, also naja, Kanonkugel, die Granaten, die musst du ja auch noch da hinschleppen irgendwie. Das trägst du ja nicht einfach so, also kann ja nicht 100, 200 Pfund tragen. Nee. Das muss alles rangekarrt werden. Also zu zwei kann man sich drei Meter den Rücken kaputt machen, aber man muss schon zumindest zu vierter agieren eigentlich. Und das wird tatsächlich auch schon mit Autos gemacht, aber auch damals noch mit Pferden. Schreibt er jetzt so nicht, aber das wissen wir aus früheren Berichten. Und dann, ja, schreibt er hier gegen ein Uhr, haben sie dann angefangen, loszuschießen und dann auf einmal hat sich der Himmel, er sagt, blutrot gefärbt, weil dann die Gegengeschosse kamen. Und der Zeitpunkt von dem Punkt, an dem sie losschossen, bis zu dem Punkt, an dem auch von der anderen Seite geschossen wurde, zurückgeschossen wurde, es war ungefähr so, dass sie 30 Mal abfeuern konnten. Und das ist schon stark, also so 30 Geschosse, erst mal 200 Pfund Geschosse. Es ist jetzt nicht gesagt, ob er meint, 30 Geschosse nur er jetzt an seinem Geschütz oder insgesamt, es waren ja mehrere. Wahrscheinlich nur er, oder? Weil 30 Granaten ist nicht viel für seine Batterie. Genau. Ich schätze mal auch, so wie sich das liest, meint er ein Geschütz 30 Mal. Genau. Und dann kamen sie in den Argon Forest, da schreibt er auch wieder, also die kamen dort an und da muss eine schreckliche Schlacht stattgefunden haben, überall so tausende von zersplitterten Bäumen, die da rumlagen und er sagte auch, wenn zurückgeschossen wurde, dann kam, wurde so der Schlamm ungefähr 100 Meter in die Luft geschossen und prallte, rieselte natürlich auf alle wieder nieder. Ich weiß nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann, ich verletzte es in Kassel-Wilhelmshöhe und da wird ja damals, da wird er so damit geworben, dass es so ein Wasserstrudel, nicht Wasserstrudel, Geysir gibt, einen künstlichen und der wird 50 Meter in, da wird das Wasser 50 Meter in die Luft geschossen. Jetzt sagen immer alle Hamburger, ja, das schafft man bei uns ja auch, aber das Ding bei Kassel-Wilhelmshöhe ist, das ist rein mit Erdanziehungskraft und Mechanik gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, also 100 Meter wird so ein Schlamm nach oben geschossen bei so einem Aufprall und das rieselt dann auf dich runter, möchte ich auch nicht erleben und das im Dauerfeier. Und das letzte Kapitel, was er hier noch so schreibt in den letzten Abschnitt ist, dass sie ganz schnell nach Metz wollten. Metz ist so eine, französisch, ist so ein französischer Ort, da leben so heute, ich habe mal nachgeguckt, um die 110 oder 17.000 Einwohner und das so 70 Kilometer von Saarbrücken entfernt, aber noch, also in Frankreich halt. Und da mussten sie ganz schnell hin, weil sie mitbekommen haben, dass die Deutschen im Oktober noch probiert haben, alle möglichsten, also ganz viele Soldaten und auch Waffen, Munition da hinzubringen in diesen Ort, um möglichst viel, ja, nochmal zurückzuschießen und vielleicht nochmal so eine kleine Wende oder zumindest den Krieg um ein paar Monate nochmal zu verlängern. Wir erinnern uns ja, es gab Friedensangebote und je weiter hinten oder je weiter westlich die Front ist für das Deutsche Reich, desto besser bei den Verhandlungen. Und das haben sie mitbekommen, dass die Deutschen das vorhaben mit Zügen und haben also auf alle Züge gefeuert, die da irgendwie Richtung Metz fuhren von deutscher Seite aus. Und er sagt, auf einmal hat sich dieser Himmel richtig so leicht rot gefärbt und die dachten, boah, was haben die Deutschen, was haben wir da erst getroffen? Die Deutschen, die haben wahrscheinlich irgendwelche krassen Flammenwerfer. Du siehst das ja nur so aus mehreren Kilometern Entfernung oder vielleicht ist das irgendeine Art Superwaffe, die da jetzt auf uns zukommt, bis sie mitbekommen haben, nee, wir haben jetzt hier gerade komplett die Munitionsfragen der Deutschen getroffen und das ist einfach die Munition, die hochgegangen ist. Tatsächlich, sie haben einfach sozusagen die ganz wichtigen Züge getroffen mit Munition und das ist halt alles hochgegangen. Dadurch hat sich dann der Himmel richtig rot, so leicht rot gefärbt. Krass. Und dann habe ich noch eine letzte Aussage und da fand ich wieder, das ist so wieder, also das, das, da muss, das musste ich mehrmals lesen und dachte, das ist wieder so typisch, so, das ist so bürokratisch und wie kann man bloß so ticken? Er sagt, dass sich im Oktober schon Waffenstillstandsverhandlungen, vielleicht auch Friedensvertrag schon so angekündigt, angedeutet hat und dann kam von der, dann kam von oben die Anweisung, dass sie jetzt bitte nochmal alles abfeuern sollen, was geht. Frage an dich, also hier steht die Begründung drin, aber Frage an dich, was würdest du meinen, ist das, ist der Hauptgrund, warum man jetzt nochmal alles möglichst, möglichst, also möglichst alles auf die deutsche Seite abfeuern sollte? Damit man es nicht wieder abholen muss. Genau, damit man das nicht zurücktragen muss. Super, also Hut ab. Das ist doch bescheuert. Logik des Krieges halt nicht. Ich hätte jetzt, er vermutet sowas wie, dass man wieder in der Friedensverhandlung nochmal besser ist bei der Verhandlung so, aber nein, man soll nochmal alles wegschießen, abschießen, damit man diesen ganzen Mist nicht nochmal zurücktragen muss. Das ist so sinnlos. Ja, später hat er sich wohl angeblich nochmal mit einem Deutschen unterhalten, er hat gefragt, was war denn da bitte los? Ihr habt da so auf einmal in einer wahnsinnigen, mit einer wahnsinnigen Frequenz auf uns geschossen, was war denn da los? Und er sagt, ja, weil wir halt keine Munition mehr da lassen wollten und auch nicht zurücktransportieren wollten. Also, schöner Bericht nochmal, zeigt total die Wirren des Weltkrieges, finde ich, man kommt mit seltsamen Vorstellungen wahrscheinlich zur Front, erlebt dort, wird dort gleich reingeschmissen, erlebt, erlebt, Matsch, der 100 Meter hochgeworfen wird, zersplitterte Bäume, tausende von zersplitterten Bäumen, die da überall rumliegen und weiß nicht, worauf man da eigentlich schießt, man sieht nur irgendwie am Horizont, es färbt sich auf einmal alles rot. Das ist der erste Weltkrieg. Eine vergessene Stimme weniger aus dem ersten Weltkrieg. Dankeschön, Steffen, fand ich sehr, sehr interessant und auch zeigt einfach da, was einen widerfahren kann, wenn man, wenn man diesen Weltensturm ausgesetzt ist. Ja, und verlasst euch nicht auf Propaganda. Dort, wo gekämpft wird, wird gekämpft und das ist kein Ponyhof. Versucht eure eigene, verwendet den Verstand und befreit euch aus der eigenen Unmündigkeit. Das hört sich philosophisch. Ja, Kant hat es drauf. Gut, aber ich würde auch sagen, das ist es auch für die Folge, das war der Totholz-Teil. Ja, der Elf, der Elfte rückt näher und wir sind im Endspurt. Das war der Totholz-Teil.